Hallo Leute, willkommen zu unserem ersten World of Tanks Let's Play. Hier mit mir und mit Philipp. Ja, mir und der Flachfeifers Manuel. Jo, Tag Leute. Ich sag jetzt mal lieber gar nichts dazu. Ja, soll ich sagen, hau mal rein, ne? Ich bin unterwegs mit meinem Super Pershing, Ben mit IS und Manuel mit dem AMX-100. Ja, klar. Was ist das? Ich kommts bestimmt wieder zu voll den... Ne, doch nicht. Ja, ey komm, ich hab das schon so lang nicht mehr gespielt, weil solcher wissen, dass das ein Achter ist. Ist halt ein Achter, ne? Ja, du hast auch so ein fucking Achter. Ja. Ah, ach, deine Hose. Oh man. Eieieiei, nur 30 FPS. Das ist schon bitter. Loll, ich habe... Ich hab meine Karte jetzt runtergeschraubt. Ja, ich hab meine ganz hoch und ich mach ja noch ein Video und dann kann das ja mal passieren. Ich hab 50 und ich hab die Grafik auf Mittel so mäßig. Ja, ich hab auch volle Pulle. Ja, ich hab jetzt mal auch auf Mittel bestellt. Ich hab jetzt mal auch auf Mittel bestellt. Ja, ich zeig ja mit meinem Laptop deswegen. Wir fahren mal. Okay, wir fahren mal hin. Ja, okay, wir fahren mal hin. Nö, ich war... Alter, du weißt, wie schnell der ist? Ey, was ist das denn ein Cheater? Auf dem Berg und Kernte. Aber wir müssen doch sowieso nur verteidigen. Bleiben wir doch einfach stehen. Ja, eben. Wollte ich grad sagen, ne? Lass die mal ruhig kommen. Wir machen keinen Stress. Oder vielleicht doch? LOL. Ich hab gedacht, der T-34 wäre AFK. Stand da nur so rum. Stellt sich einfach nur so hin. Aber doch nicht. Und du hast dann drauf geschossen, oder wie? Nein! Der ist doch AFK, oder nicht? Nee, nee, der bewegt seinen Tor die ganze Zeit. Echt? Bei mir bewegt der im Moment gar nichts. War schon ein fucking KV-5? Ah, der hat mich auch gesehen grad. Der steht doch hinterm Berg. Der kann dich doch nicht mal treffen. Ja, das ist klar. Aber er hat mich gesehen, weil mein sechster Sinn angegangen ist. Aha. Und da hinten ist der sechster Scout. Weil der Luchs ist ja jetzt ein Fünfer. Wurde ja alles irgendwie anders gemacht. Wegen diesen fucking Panzern, die davor kommen, die irgendwie voll behindert sind. Weil die viel zu schnell laden, find ich. Hm, geht noch. Wir stellen jetzt alle im Kreis um den Cap drum, und dann kommen die da nicht mehr rein. Scheiße, mein Hauptgeschütz. Das war der AMX 50-100. Ich parma hier. Nee, GW Panther. Nee, das war GW Panther. Alter, der T-34 ist schon so ein Premium-Noob. Der nur den 8er hat, und dann noch so 3 und 4er. Ja, du bist ja auch so ein Premium-Noob. Hallo, ich hab einen 10er. Wen interessiert das? Aber den hast du auch nur mit Cash gekriegt, mit Gold. Und? Sonst wärst du jetzt noch beim... beim MS-1. Nein. Kannst du jetzt nicht? Naja, dann vielleicht beim MS-2. Gibt's nicht? Ja, deshalb, ja. Bei dir gibt's das schon. Ach, ich warte einfach hier hinten, bis sie kommen. Hm, die haben ja noch 7 Minuten. Aber die RTM die ganze Zeit auf uns. Bei meinem coolen Mod kann ich sogar die Uhrzeit sehen. Ja, aber die ist Sommerzeit, hat Noah gesagt. Was? Die ist noch... Hier, Winterzeit, hat der Noah gesagt. Äh, nein, bei mir ist es Sommerzeit. Sorry, bei Noah ist Winter. Dann hat er... das ist... greift auch sein Computer zu, und dann ist das wohl... hat er sein Computer noch auf Winter? Meiner hat's automatisch umgestellt, aber egal. Müsste ich mich mal konzentrieren. Meiner hat sich auch automatisch umgestellt. Hm, Philipp, komm mal zurück, die kommen alle da hinten rum. Und unsere Idioten fahren alle auch von der anderen Seite. Und ich brauche noch 8000 Erfahrung für IS-3. Aber noch 1,6 Millimeter. Ja, dann verkauf doch IS. Tu die Mannschaft aber raus. Ja, das ist 100% Mannschaft außer einem Typ. Alter, jetzt stellst du dich direkt vor meine Flinte, ey. Oh, das wollte ich nicht. Obwohl eigentlich schon. Ich hab grad dem KV-5 400 Schaden gemacht. Alter... Hab ich gesehen, ey, KV-5 ist so ne Kackbratze. Alter, hast du doch nen Freund. Sehr lustig. Schon wieder 300 Schaden. Alter, wo triffst du den nicht? So oder so schlecht, oder der Fahrer ist schlecht. Oder beides. Oh mein Gott. Oma, KV ist ja viel besser, da komm ich gar nicht durch. Ja, der ist besser. IS... Ja, bleib stehen IS. Nein, nicht wahr. Falltreffer. So. Schön war das. Oh, der KV-5 ist schon gestorben. Ey, warum sagst du Lade nach? Das bringt's doch sowieso nicht. Na doch. Damit die alle Bescheid wissen. Weil ich 30 Sekunden nachladen muss. Wie viel Schuss hast du eigentlich drinne? 10, 20, 30, 50, 50? Alter, 6. 6. 6 Schussmagazin. Aha. Boah, ich sag denen jetzt, die dürfen hier nicht durchkommen, sonst sind die Scheiße die Gegner. Ich bin das ja voll asozial vorgelegt. Wir stehen zu dritt. Dann umkreisen wir den KV-4 und dann hat er Panik. Den mach ich alleine fertig. Ui, da oben steht ja noch der IS. Stimmt, der hat mich grad abgeschossen, die Kackbratze. Hat er Schaden gemacht? Ne, Abrolle. Siehste das da? Oh, er hat auch auf mich geschossen, aber bei mir kein Abreller. Ah, der ist gleich down. Ich hab nur noch 64% rein. Ey, lass mir bitte den KV-4. Ich will jetzt, ich will jetzt einen Achter killen. Ey. Was soll das denn für einer? Verdammt. Oh, scheiße, das ist Gott. Drütt dich um, drütt dich um. Wir müssen noch nach hinten, da ist noch eh er ziehen. Ja, die Menschen. Ach, Philipp, du bist da. Ich hatte gedacht, der Manuel wäre das, aber der steht noch da um. Komm, Philipp, wir fahren. Nein, fahrt ihr wieder zurück zur Base? Nein, ich komme mit der Base. Ja, okay, ich habe weiter. Ja, deswegen. Da steht die S da oben. Ey, wir machen die beide zusammen fertig. Scheiße, ich habe Munitionslag am Arsch, ne? Ja, dann würde ich das reparieren. Ich habe keins mehr, weil ich meine Kanone repariert habe. Na ja, dann würde ich mir noch ein neues kaufen. Hol dir. Oh, der ging nicht durch. Boah, Jagdpanther, voll Idiot. Wir sind die voll am Runterschwächen. Alter, ich habe ja doch sehr viel AfKar. Hier ist das erste Video nicht wie bei StarCraft direkt gefällt. Diesmal wenn er das aber wohl hoffentlich noch gewinnt. Nein, es kann sein. Es ist mir schon mal passiert, dass wir, ähm, fünf Punkte Vorsprung haben und das haben wir doch trotzdem noch verloren. Ja, kommen die auch nur zwei Minuten zum Einnehmen und da hinten stehen auch übelst viele rum. Wie sollen die das denn schaffen? Und die haben nur noch vier Leute. Achso. Na, im Glück ist die IS jetzt weg. Das scheiß Ding ist AfKar, nein, John. Also der Tiger steht irgendwo da vorne noch. Der steht da hinten bei A. Oh, da, aber was ist das? Oh, das könnte super verstehen sein. Jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Ne, das war er. Oh man, ist der AC schnell, Alter. Der jumped da hier über alle Berge. Aktimal halt, ne? Aktimalisiert bist du garantiert. Ne, der hat Kaffee und Schokolade dabei. Hm. Ja, das ist so ein Kaffee-Typ. Boah, den kriege ich. Den krall ich mir. Ey, Philipp! Ja, dann? Jetzt wollte ich den mir voll geil krallen. So, da hinten steht noch der Super Paging. Ne, ne. Und noch eine Artie. Ist nix. Sie haben mich sowieso verloren. Hm. Ich will es mir facken hier. Das wäre ein schöner Raum. Ich bin ja voll der Sonntagsfahrer. Mhm. Oh, nur ne Artie. So, da wird noch ge... noch angeschrackt hier. Pass auf und jetzt... verlieren wir noch. Die Artikeln uns alle. Ne, 14 Sekunden, ne? Einen Schuss und alle sind tot. Ja, das wäre hart. Der hat so ne Atombombe drunter. Oh, der kühlt sich gleich selber. Oh, da ist es zu Ende. Oh, nur 2600 Erfahrungen. Wie läppig. 5300. Oh, ha. Nein, du hast doch nur 710. Jetzt laber keinen. Ja, aber ich hatte ja noch mal... Mal 5 und Premium. Der Manuel hatte ja noch mehr als du. Der hatte 721, bitte. Und jetzt komme ich zu der Profi. Mit 800 Schaden. Ich habe keinen einzigen Fall fehlt. Naja, Leute, das war's dann auch schon mit unserem ersten Let's Play World of Tanks together. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Boatens. Bede Oh! Und dann kommen wir mit dem Quad und ella aus.